So dann Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. Da bin ich wieder. Und ähm Ich such grad Eisen, weil ich muss mir noch mal ne neue Neue Axt verkleppeln Will ich jetzt hier kein Eisen irgendwo rum Rumparken? Ist ja ärgerlich Geh mal weg da Verehrter Herr Künstler Nicht, dass ich euch nicht schätzen würde Ich könnte Gold, aber das Die ist dann immer so schnell kaputt Wer hat denn mein ganzes Eisen Klaut? Und wieso läuft dieses Angefahrene Lied immer noch? Fragen über Fragen Gut, dann eben so Echse kann man immer brauchen Stickies auch Rohholz auch Wo war ich? Ach ja Beim kaputt kloppen von Sachen Und flugs zurück Na kann man da jetzt durchgehen Endlich Entschuldigt eben gerade die kurze Ganz kleinen Moment der Unterbrechung Musste hier gerade was Checken Oh 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 Oh, sehr gut Hier, das hat reichlich Schwarz Eiche gegeben Schaut mal 19 Wunderbar Wunderbar 20 20 Was ist das? Ich glaube schon. So, die können ruhig wieder neu wachsen. Machen wir mal da oben weiter. Und siehe da, die ersten Schösslinge sind schon da. Super. So gefällt mir das. Der da wird nichts werden, der da auch nicht. Der da hat gar keine andere Wahl, die stehen wahrscheinlich ein bisschen zu dicht zusammen. So. Ich hab auch einfach so drauf losgesetzt, die Teile. Schwarz-Eichen-Holz. Das Beste für den Schiffsbau. Machen wir hier mal. So, hier die Grenze für noch ein weiteres Feld. Oder reicht das hier aus? Hier machen wir hier rüber. Das muss reichen für ein Feld. Oh. Schaufel? Da. 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 Dann haben wir hier nämlich noch einen Versorgungsacker, der dann hier in die Ecke kommt. Hiervon begrenzt. Ja. Dann haben wir da vorne einen, da auf der Burg auch noch einen. Das wird erstmal reichen. Wenn wir reichlich immer ernten, dann... Ist ja... Wir können hier nämlich noch schön ein paar Schwarz-Eichen nehmen. Boah. Dann bleibt hier vielleicht doch mal ein bisschen die Gegend schneefrei. Wenn wir dann die Bäume nur zuschneiden. Oh Gott, Riese. Die Standen sind dicht. Das kann nichts werden. Oh. Seht ihr? Herzlich willkommen bei So schnell kann's gehen. Gute Nacht. Na. Ja. Ja. Und auf dem anderen Ende der Welt ist der gute Dune noch dabei. Bocksprung zu verschönern. Trotzdem immer möglich ins Bett zu gehen. Aber, Dune. Und auch du musst zu dieser Ratssitzung kommen. Ich konnte dich nur noch nicht einladen, weil ich das Buch immer vergessen habe in die Post zu stecken. Das mache ich aber zum Ende dieser Folge auf jeden Fall noch. Ja. Ich überlege gerade so, was könnte man sonst noch zeitnah alles machen. Aber wie gesagt, wir haben hier ein bisschen Ausbauarbeiten vor uns. Hinter uns. Überhaupt. Und ich hoffe einfach, dass ich bald mal öfter auch wieder was mit den anderen zusammen unternehmen kann. Denn diese Zeit im Bannland, die hat mich doch echt so ein bisschen nachdenklich gestimmt. Ich habe mich noch so ein wenig einsam fühlen lassen. Aber ist Einsamkeit total albern, wenn man noch Freunde hat. Und hier, sowohl mit euch als auch eben mit den Leuten hier, habe ich doch die besten Freunde, die sich ein Barbar nur wünschen kann. Oh, jetzt ist der Weg noch gar nicht weiter ausgebaut. Seht ihr das? Seht ihr das? Das gibt gar nichts. Und dieser Rundweg, der muss natürlich bleiben. Man muss hier ja irgendwie noch vernünftig patrouillieren können. Ich liebe diese heldenhaften Klänge, auch wenn die irgendwie überhaupt gerade gar nicht zu dem passen, was ich hier mache. Aber einfach nur Steineglocken. Naja. Aber muss ja auch mal sein, ne? Und ich kann ja auch nicht immer nur Zeitraffer machen. Das wird dann auch irgendwann überreizt, sowas. Und dann ist es irgendwann nicht mehr cool. Naja. Endgültig fertig machen kann ich das natürlich auch noch in eurer Abwesenheit. So, jetzt kann ich eh schon keine Steine mehr aufnehmen. Noch Kies dabei? Yeah. Du bist Erde. Du willst auch. Hier kommt hier nochmal die letzte Schwarz-Eiche, die wir jetzt gerade auf Tasche haben. So gedeiht die besser. Und so als Gegenstück könnten wir doch jetzt hier noch so Urwald-Riesen hinsetzen. Und das können wir gleich nochmal irgendwo hier schön von so einem Fichten-Giganten... Nein. Oh, der einzige Erdklump. So, alles ganz wild durcheinander. Alles Stein hier drunter, auch Müll. Aber die Schwarz-Eichen gedeihen echt gut hier bei uns in diesem Klima anscheinend. Oh, der wird nicht ganz so. Die Eichen wollen weichen. Na, das ist zu dicht, oder? Mist. So, jetzt habt dich mal nicht so ab in die Höhe mit dir. Ihr seht auf jeden Fall, in welche Richtung das hier gehen soll, ne? Gut, dann nerv ich euch damit nämlich jetzt erstmal nicht weiter. So, dann mache ich das dann in einer ruhigen Minute und zu Ende. Wir fangen dafür lieber noch irgendwas anderes an. So, die Post müssen wir wegbringen. Das kommt jetzt erstmal alles... Alles neih. Genau, das kann ich noch eben auch nochmal den Ansatz von Zaun ziehen, damit ich mich daran erinnere, was ich da eigentlich vorhatte. Wow. Alter Schwede. In einer Gegend, die sowieso schon sehr hoch ist. Wächst da noch so ein Gigant. Ist ja der Hammer. Gleich mit Ranken dran. Ist ja cool. Au. Boah. Das muss hoch sein. Los, die anderen, wachst auch. Ich gebe... Ah, warte mal. Habe ich hier noch... ...so andere Steine? ...so andere Steine? Solche zum Beispiel. Solche Steine? Die brauch ich noch ganz dringend. Gib sie mir, gib sie, gib sie, gib sie, gib sie mir. Solche Steine? Wie diese... ...gepflasterten... ...Dinger. ...Dinger. Schubidu, schubidu. Denn ich will was anderes bauen. Und Birken wachsen nicht, wenn man sie so hinsetzt. Aber sie sehen ganz hübsch aus wie Topfpflanzen und Dschungelbäume. Genauso. Ist egal. Absicherung der Hexenwacht. Teil 2. Heute... ...Erweiterung... ...des Haupttores. Wie weit muss man das rausziehen? Und so muss erst mal hier... ...des hier weg. Ja, das müssen wir hier auch erweitern. Sorry, Blumen. So, erst mal, reicht das? Ja? Ja, sehr elegant bisher, ne? Ja, ja, alles abwarten, alles abwarten. Ein Sicherheitsbereich ist ja sicherheitshalber... ...mit Sicherheit auch wichtig hier. Ach, das ist so. Und jetzt... ...kürt, bevor es dunkel wird, jetzt sehe ich nämlich gerade wieder... ...ich habe ja noch das Buch in der Hand. Schnell in die Post, damit auch du ne Bescheid weißt, dass wir hier den Rat der Helden einberufen wollen. Unterwegs hier mal hier so'n... ...da, Knöpsel ist auch kein Mensch. Was meint ihr? Postamt hat schon zu. Oh Mist. Dann gehe ich mal eben hoch zur Hanse. Ich bin ja Mitglied zu jetzt der Hanse hier einfach mal und lebe mich hier mal hin. Oha, aus der Bahn. Mist, die Folge hat nur noch eine Minute. Schnell! Sei gegrüßt, mein Freund. Und... Äh, voller Gefahren sind diese Zeiten und dagegen müssen wir etwas tun. Daher rufe ich den Rat der Helden zusammen. Komm, sobald es deine Zeit erlaubt, auf die Burg Hexen wacht. Und dort wollen wir gemeinsam mit den anderen darüber reden, was wir gegen den finsteren Kult tun können und wie wir unsere Städte besser schützen. Für Moin und Hunsgraab. Und natürlich auch ein bisschen krumm, das darf man nie vergessen. So dann, so, färtsch. Was willst du eigentlich von mir? Lecker Steak? Oh, ja, schön. So, ich schmeiße es hier in den Briefkasten. Und der Postbote bringt das hoffentlich so schnell wie es geht nach Boxsprung. Und ich verabschiede mich. Ich kann da oben am Stocktor noch viel tun, hab noch viel zu tun. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!